Warum geht's noch? Jetzt kommt der Enderman hier und macht meinen Kaktus kaputt. Echt jetzt? Direkt vor deinen Augen, oder was? Ja, ist ja geil. Kratze. Cool. Hallöchen und herzlich willkommen zur Flugschule Sky-Solated. Ich flieg heute nämlich los nach oben zu meinem Turm, damit ich besser bauen kann. Was machst du so, Notoka? Äh, ich bin Bienen am Bumsen, also am Bumsen lassen. Die bumsen dich ja, mit ihren Stacheln. Nein, nein. Du musst mir noch mal kurz sagen, wo kann ich denn mein Jetpack aufladen? Das hast du nämlich woanders hingepackt, ne? Das hast du da bestimmt ans Magma-Cruciable-System gepackt. Was hab ich? Oder nicht? Oder wo hast du das rangepackt? Was denn? Achso, das Auflade-Ding. Ja, an Atomreaktor natürlich. Echt jetzt? Das ist ne gute Idee. Klar. Hast du auch die schnellen Kabel dran? Die Redstone Infuse? Das ist direkt am Atomreaktor. Achso, ohne Kabel. Okay. Es geht eigentlich. Na gut, wir brauchen viel Redstone dafür. Ja. Außerdem hat das Ding einen Vorrat von 400.000. Ah. Das sollte dann schon klappen. Energetik. Weißt du wie das geht? Ja, reinhauen. Einfach rein. Boah, das geht aber flott jetzt. Aber du hast ja jetzt auch einen Leadstone. Ja. Das andere war mir dann doch zu teuer und zu aufwendig. Da musstest du noch Dings machen. Wie heißt denn die? Dann lass mal ihn fliegen. Hä, wieso? Ich drück Z und kann nicht fliegen? Was? Warum drückst du Z? Bei mir ist es Z. Was muss ich denn? Ich guck mal grad ob es ist. D und F. C und F. D und F. Eins ist Hover Mode. C und F. Eins ist Hover Mode und andere ist halt Jetpack an. Ach, ich wollte hier noch nach den Bienen gucken. Ist ja wahr. Jetpack Engine Enable. Weißt du eigentlich was das Gelbe hier ist? Ähm. Das ist ein Industrial Apiary. Oh. Nämlich cool, ne? Ach du äh hast du eigentlich schon die ganzen Quests abgegeben? Nee. Na dann macht das mal Sinn. Nämlich wieder einige. Ähm. Okay. Klick hier. To Start. Steel Powered Flights. Drei Quests mit Unclaimed Revards. Ne eins. Alter ey. Du warst ja wieder ewig mit dran. Äh. Oben stand eins. Also insgesamt sind es eins im ganzen Gedöns. Ah okay. Turbine-Glas und Reactor-Glas. Was möchtest du denn haben? Ja du kannst ja ruhig den Back holen. Das Zeug brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn ist es einfach herzustellen. Turbine-Housing. Was hast du denn da gebaut? Ja ein Turbine-Housing. Oh. Aus Zyanid. Ja. Was zu essen. Oh. 16 mal ein Magical Wood und ein Enchantment Table. Den können wir direkt setzen. Ja sehr gut. Wollte schon länger einen haben. Okay. Jetpack ist an. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Das hat ja lange Saft. Einigermaßen lange. Und das wird mir hier sogar angezeigt. Das wird mir bei meiner Private Map nicht angezeigt. Jetpack ist an. Gut. Der Hover Mode bleibt aber an. Egal ob ich den Jetpack ausmache oder nicht. Du kannst auch nur eins anmachen. Ja. Das ist richtig. Ja. Weißt du was? Ich mache erst den Turm fertig und der Enchantment Table kommt nach oben. Ist das in Ordnung? Ja. Oder brauchst du den direkt? Nö. Nö. Mach mal. Alles gut. Den finde ich schöner. Den packe ich dann da so in die Mitte. Und da ist ja gut aufgehoben. Alter, dieses Elviary ist ja echt ultra teuer, ne? Ja. Da brauchen wir ja Royal Jelly. Ach du meine Güte. Jep. Ach du meine Güte. Filling Kabinett. Was ist ein Filling Kabinett? Okay. Da komme ich dann also erstmal nicht weiter. Wie sieht es hier aus? Das macht eigentlich noch keinen Sinn. So kann ich ja richtig geil bauen. So macht das Spaß. So geht das auch flotter. Na komm runter mit dir. Jetpack Engine 64. Ah, wir haben ja genug Saft. Kann ich gleich wieder auffüllen. So. Das ist auch fertig. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Der Clou. Der Clou. Der Clou for you. Ich mag den Song, der gerade bei mir läuft. Ich auch. Wir haben es voll drauf. Wer läuft so bei dir? Disco. Disco Pogo. Nein, Disco. Disco Pogo. Hast du eigentlich noch den Hammer? Ich bräuchte dir den mal. Ich hab drei Hammer. Ich bin genetisch montiert. Ekelhaft. Aber benutzt erst den. Der ist fast kaputt. Äh, jetzt liegen da beide. Ähm, hab ich noch Treppenstufen? Ja, ich hab noch Treppenstufen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie mach ich das denn am besten? Pfff. Limestone. Haben wir auch noch 190. Dann brauch ich wahrscheinlich gar keinen Hammer. Hehe. Okay. Haben wir ihn da aufgenommen. Also, Jetpack ist natürlich geil. Du kannst ja überall einfach überall rüber. Mhm. Schon geil. Das ist schon was Feines. Aber man muss halt auf seinen Brustpanzer so verzichten, ne? Ja, das ist halt der Nachteil. Das stimmt schon. Wie mach ich das denn jetzt am besten? Ich hatte eine richtig coole Idee. Ach, du hast den Builders Wand? Ja, hab ich. Kann das sein? Ah, okay. Warte. Aber ich brauch den. Ah. Nee, eigentlich hier beim Treppenstufen setzen. Ach komm, ich mach mir einfach selber ein. Ne, nur 8 Diamanten. Das ist ja. Wie fucks. Pipifuck. Ha. Ich bin eine Fee. Eine Hobo-Fee. Ah, nee. Ich mach das doch anders. Hm, 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 hm. Ich baue die von unten. Ja. Krieg die auch wieder. Zack. Hohoho, das wäre ja beinahe schief gegangen. Ja, ist natürlich wie beim Schwimmen, wenn man eine Luft abbaut hier. Ja, ist, 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 ist schon schwierig. Das ist in der Tat korrekt. Ach dann. Komm, das sind nur Cobblestone-Stufen, die können auch runterfallen. Ist mir egal. Ja. Machen wir hier zwischen Burger King und, äh, und Atomreaktor. Mal, äh, ein kleines Häuschen. Mhm. Es soll dann, ein kleines Bienenlabor werden. Mhm. Redepetite. Ja, das ist ja blöd, wenn wir alle immer draußen stehen haben. Nein, okay. Nudl. Lü-lü-lü-dü-dü. Ja, mehr mach ich auch nicht. Ich fühl wieder selbstgespräch, ich weiß. Okay. Sag dir einen schönen Gruß. Ja, mach ich. Das ist aber nett von dir. Tja, so bin ich. Weißt du, du tust gerne so, als würde ich mich immer wie ein Arschloch verhalten, aber das ist gar nicht so. Arschloch. Hm? Alter, was ein fieses Lachen, ey. Du solltest echt mal mehr rauchen. Nein, nein, nein. Was ist passiert? Bist du tot? Nein, das hättest du gesehen. Wie mache ich das jetzt am besten von oben? Hover Mode aus, Jetpack aus und dann ranschleichen. So, zack, zack. Hier ranschleichen. Zack, zack. Schmeichenschleicher. Zack, zack. Zackati. Da. Leck. Oh. Leck mir am Arsch. Piss leck. Piss out of my ass. Hihi. Na? Aus welcher Serie ist es? Na, na, na? Wer weiß es? Wer weiß es? Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es nicht. Haben durchgefallen. Alle durchgefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, they killed Kenny. Hey, es ist übrigens dieselbe Serie. Alles klar. Jetzt weiß es mitten im Leben. Genau. Oh, Entschuldigung. Ich hab voll gegen das Mikro gehauen. Das ist nicht schlimm, solange es nicht meins ist. Ich hau da gleich mal durchs Mikro in dein Mikro. Alter Vater. Genau. Ja, ja. Ich hab keine Ab celten итоге gemacht. Ähm, ja. Jetzt wenn ich den da hinpackt, alles gut, so ist gut, genau. Ah, und die Küche sind 3,5 Nation. Die! Woop, 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 woop. Ja, so geht es an�len. Woop, woop. Woop, 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 woop. Nein. Böser Stein. Doch manchmal ist es eigentlich so kompliziert. Ich kann doch joo. da kann ich nicht sagen ah man blöde ich weiter so 45 44 43 prozent bei 20 prozent sollte ich so langsam runter gehen hier ist ein bäumische cooles sache nicht runter für die monster schon ja geil ist voll die posse einer silberrüstung einer in der goldrüstung voll die geile posse ein opossum nein eine pussy er posse warum nicht da kommt schon 25 prozenten kommen nur noch drei blöcke ja ja bärn baby bärn disco inferno baby bärn ist das blümchen ein symbol des friedens nehmen neben dem reaktor nein das brauchen die bienen ach so du hast bienen bitte dich weil du hast ja das für du willst du kannst du nicht notieren lassen ist echt hardcore man das überhaupt finde ich will ich doch in der selbe hardcore mann nach scheiße so jetzt werden die nächsten treppen gestuft gesetzt treppen gestuft gestuft treppen im stöfchen rock falsch gesetzt man da muss ich da weißt du was ich komisch finde was wenn man normales glas abbaut ist es kaputt aber wenn man glas cover abbaut sind sie noch ganz ja wir gehen sogar recht schnell abzubauen das ist das ist auch das gute wenn man ein glowstone cover macht gehen die auch schnell ja und die die genaut auch nicht kaputt ne sonst hast du halt immer verlust wenn du eine glowstone abbaust immer mindestens ein dust verlust apropos glowstone cover das wäre eigentlich eine gute methode um das labor auszuleuchten kloster und das sind dann nicht noch cover im system ich brauche mehr platz auch was seid ihr zwei blöde kackratzen wo spawnen hier eigentlich die ganzen monster ich brauche ich noch mehr platz ja komm egal machen wir ein mega projekt raus ein halbes mega projekt haben wir noch torches hast du noch fackeln oder habe ich noch fackeln ich habe noch 23 ich habe noch eine fackel dann gib mir aber welche ich gebe dir 12 ab ich brauche hier oben nämlich auch noch welche ähm achtung ich spawne die ganze zeit monster ja schmeiß runter ich sehe dich gut da sind sie oh ich habe auch noch elf glowstone cover die hatte ich dabei ich dachte die wären im system ja das ist jetzt zu spät okay ja die kann ich hier oben aber auch ganz gut gebrauchen zu deko zwängen ich brauche mein golden weg auf holding und dann hole ich mir mal herr clean stone oder kabel stone der clean stone kommt dienst um man könnte sich ja sonst nichts könntest du mir ein gefühl ganz klein nur könntest du unten kabel stone in den ofen schmeißen jetzt muss jetzt nicht sofort sein okay dann meist in der nächsten aufnahme das ist doch die letzte für heute ja danke man 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 der nutzer hat schon wieder witz wasser getrunken oh baby nein ich mache es nicht gleich das schnur gerade hier fertig ausleuchten damit nicht die ganze zeit monsters bauen wenn ich es mir recht überlege komme ich mit dem clean stone hin merke ich gerade also spaß dir ok doch mal eben schnell ein crafting table hier oben ach ich habe noch einen dabei sehr gut so alles schön sehr schön das ist jetzt eh tag geworden ehrlich 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 ich habe mal ein paar cover ins me system gemacht nicht dass ich suchen gehst finde ich toll wie sieht das aus von unten mit den stufen hier an dem turm macht sich ganz gut oder ja man muss zwar ran suchen um es überhaupt zu sehen aber ja doch läuft das klingt jetzt aber irgendwie nicht so ja man sieht es halt so ohne ran zu suchen gar nicht was das macht mich ein bisschen traurig ja wie geht das denn also jetzt habe ich hier hybrid gedöhnt wenn ich hybrid bienen miteinander kopulieren lasse dann kommt bestimmt was schönes raus darum geht es noch kommt der enderman hier macht mein kaktus kaputt echt jetzt direkt vor deinen augen oder was ja das ist jetzt auf der liste der coolen leuten bei mir und er ist gleich noch auf der ganz anderen liste ja auf deiner todesliste oh ja jetzt ist er hier meckes und läuft ein kaktus rum das gibt es ja wohl nicht nee so zwei jetzt hat er schon der dritte folgt so klein der dritte streich so klaue niemals einen kaktus von mir was war das ne das war ich im goldenberg auf holding sicher so ich habe schon wieder mit bei der musik ich kann einfach nicht anders mein handy macht mit und auch mit du 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 Walmart so rochee du du gehe Тё so das sollte mal wieder ein bisschen ausweichen und eines noch das ganze ich habe mir das ganze hier noch ab nicht dass der kind sie runter plumpst ich habe ein jetpack du kriegst du bist aber heute auch wieder einen ganzen netter fächer ich bin nur realist ja 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 okay also wenn du realist wärst ja okay dann ich sag nichts die klappe sagt überhaupt nichts stufen scheiß hier ein bisschen zu weit runtergerutscht mit der maus und schon setzt er die stufe andersrum und ich bin dann natürlich auf dem slab ich hatte eigentlich gedacht wir erst runtergefallen nein ich habe noch 89 prozent jetpack energie alles gut hast du jetzt wieder die ganzen dingsbums gedöns kackdinger redstone bei dir nein oder nein ganz ganz sicher sind immer im system noch ein paar die habe ich gerade verbraten ach so ja dann war das der rest also sechs stück jetzt sind glaube ich habe ich habe ja einiges gebraucht für mein jetpack sonst guck mal auf vielleicht kann es kann sein dass ich die beim crafting table gelassen habe versehentlich bei dem crafting table beim erz sieb system okay werde ich gleich mal schauen erst mal mache ich mir noch ein paar limestone cover limestone cover oder ist noch mehrere etagen ist dann würde der platz hier schon reichen was machst du was machst du ich mache ihn lieber noch ein bisschen breiter okay den turm okay das sieht zwar jetzt ein bisschen doof aus aber gut gibt es keine limestone cover fragen nach aber echt so und da kommt dann die obwohl ich kann doch durch die wand für wir müssen gleich wieder verfeierabend machen noch immer noch anderthalb minuten ach ich habe eh kein kleen stone kleen stone mehr ein kleen stone kann kein kleenste ach doch ich habe noch 64 ich habe meinen goldenen sack du musst trotzdem die abmord machen auch ja ich bin ein kleen stone gefunden hat ich danke euch fürs zuschauen es hat mir sehr viel spaß gemacht heute diesen magiatom zu bauen und ich werde die folge damit beenden indem ich mal von unten angucke noch einmal ich bin schon ein bisschen stolz ja ich finde mein labor wo das ein sommerlabor auch das ist doch auch schön ja also ich ein sommerlabor unsere map gefällt mir von tag zu tag hier mehr also so langsam wird es echt mit der aufteilung die alles und alles schön gemacht und hast du nicht gesehen ich mag es echt nur so ein paar feinheiten sind dann noch die müssen naja doch sie sieht nice aus was natürlich ziemlich ziemlich cool wäre hier bei dem magiatom wäre wenn wir noch ein aufzug da rein bekämen und das ja da gucke ich noch mal wie viel zeit habe ich 15 sekunden tut mir leid ich gucke nächstes mal wieder aufzug gekräftet wird vielen dank fürs zuschauen schaltet auch morgen wieder rein wenn es heißt es gar nicht so lädt ja ja reingehauen ja